Musik Hey Leute, willkommen zu meiner heutigen Folge Aufwand im Kanal, Leute. Und zwar gibt es mal heute wieder ein weiteres Video für euch und zwar geht es mal heute, wie ihr schon im Titel und im kleinen Clip vor dem Intro gesehen habt, geht es mal heute um die Rainbow Sky, also wie ihr eine Rainbow Sky in Fortnite Battle Royale bekommen könnt. Aber bevor ihr dieses Video startet, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich in den letzten Tagen ein Video rausgerauen habe, wie ihr die Sense gratis in Battle Royale bekommen könnt. Also falls ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall dort nochmal vorbei, falls ihr auch wissen wollt, wie man die Sense gratis bekommen kann. Und ja, sonst würde ich mal sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Let's go! Und ja Leute, auf jeden Fall, wie schon gesagt, werde ich euch zeigen, wie man die Rainbow Sky in Fortnite Battle Royale bekommen könnt. Wie ihr schon in diesem ganz kleinen Clip vor dem Video gesehen habt, wird genau so die Rainbow Sky aussehen. Sieht auf jeden Fall mega krass aus. Und genau euch werde ich jetzt zeigen, wie man eben diese Rainbow Sky in Fortnite Battle Royale bekommt. Und ja, ich bin auf jeden Fall wieder bei meinem Desktop angelangt. Und was ihr dazu braucht, ist ganz easy. Ihr braucht wieder ein Programm, wieder von fmbuileaks programmiert. Der ist auf jeden Fall auch wieder in einem Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall müsst ihr euch dieses Programm wieder downloaden. Ich stelle euch wieder zwei Download-Links zur Verfügung. Und zwar einmal wieder bei Mediafire und einmal bei Mega. Ich werde auch keine Werbung reinpacken. Also donatet euch das Programm einfach easy von einer von diesen zwei Plattformen. Ist egal von welchen Leuten. Auf jeden Fall, wenn ihr es gedownloadet habt, werdet ihr eben diesen Ordner erhalten. Aber bevor ich einfach zu diesem Installationsvorgang jetzt komme, wollte ich einfach drei Fragen klären, die auch wirklich sehr, sehr oft vorkommen. Für die Leute, die mein letztes Video zu der Sense schon gesehen haben, die können einfach diesen Fragepart jetzt ein bisschen vorspulen oder über skippen, weil ich werde jetzt die gleichen Fragen nochmal wiederholen. Und zwar, erste Frage ist, ob man das auch auf der Xbox bis auf der PS4 machen kann. Und die Antwort lautet, nein Leute, wir können das aber nur auf dem PC machen, weil man auf diesen zwei Konsolen oder auf jeglicher Konsole noch nicht wirklich Zugriff auf die ganzen Zerteilen hat und die man auch nicht bearbeiten kann. Deshalb können wir es leider nur auf PC machen, Leute. Zweite Frage ist auch, die auch sehr, sehr oft gestellt wird, ob man oder ob das andere Spiele oder ob das auch Gegner sehen können, also können Gegner die Rainbow Scars sehen oder nicht und das ist auch wieder falsch, also die Antwort lautet auch wieder nein, also Gegner und Teammates können die Rainbow Scars gar nicht sehen, weil die einfach nur self-codet, das heißt ihr programmiert nur etwas auf eurer eigenen Seite um, also auf eurem PC besser gesagt und deshalb kann es auch niemand anderer sehen. Nur mal zu dieser Frage und zur dritten Frage, die auch sehr, sehr oft gestellt wird, kann einmal durch gebannt werden und ja, man kann gebannt werden, aber die Chance, dass man gebannt wird, liegt wahrscheinlich circa bei 0,001%. Und diese 0,001% ist nur dann, wenn du damit streamst bzw. in einem Video erklärst oder auch mit dieser Sache ein Video machst, weil dann hat Epic Games auch einen Beweis, dass du wirklich machst. Sonst kann Epic Games dich nicht banen, weil es nicht nur ein Self-Coding betreibt, das heißt, Epic Games kann nicht feststellen, ob du etwas an deinen Dateien geendet hast oder nicht, weil es ja deine Dateien sind und Epic Games darf gar nicht auf deine eigenen Computer zugreifen. Auf jeden Fall war es das mal mit diesen drei wichtigen Fragen, ich würde mal sagen, aber wir kommen jetzt gleich mal zum Installationsvergang. Auf jeden Fall sehen wir jetzt wieder auf dem Desktop angelehnt und jetzt braucht eben dieses Programm, das ich euch, wie schon gesagt, vorher gezeigt habe, also genau dieses Programm müsst ihr euch downloaden, einfach diese zwei Links, eine von diesen zwei Links downloaden, sollte sehr, sehr easy sein. Auf jeden Fall, falls ihr das gemacht habt, können wir eigentlich schon mit dem Installationsvergang beginnen. Was ihr jetzt noch macht, ist ganz easy. Ihr öffnet den PAX Ordner und ja, das ist schön für den PAX Ordner, den ihr öffnen müsst. Auf jeden Fall, hier ist dieser Dateipfad, falls ihr jetzt nicht wisst, wie man dort hinkommt, aber ich glaube, jeder sollte wissen, also lokale Datenträger, generell, wo euer Fortnite gespeichert ist. Dann Programme, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Content, Packs. Ich habe das in meinem letzten Video noch ein bisschen genauer erklärt. Auf jeden Fall, falls ihr hier seid, da kommen ganz viele Dateien, das möchte euch nicht interessieren, das ist nur von mir. Auf jeden Fall, falls ihr die ganzen Dateien habt, das könnt ihr hier kontrollieren, das sind die ganzen Dateien, die ihr braucht. Dann könnt ihr schon mal die Rainbow Scar Winnerer Sache öffnen, Datei. Bevor ihr das macht, müsst ihr eure Antivirusprogramm Echtzeitschutz deaktivieren. Also es gibt ja bei jedem Antivirusprogramm oder generell auch bei Windows selber einen Echtzeitschutz und wenn der aktiviert ist, dann wird dieses Programm verhindert. Deshalb müsst ihr den einfach ausmachen, diesen Echtzeitschutz. Ich mache das kurz auch im Video und zwar habe ich hier mein Antivirus offen. Ich habe jetzt schon den Echtzeitschutz ausgestellt. Auf jeden Fall, wenn ihr Vire habt, das haben wahrscheinlich eh die meisten oder halt auch relativ viele, dann öffnet ihr einfach hier Antivirus, geht auf Echtzeitschutz und schaltet den aus. Das kann man auch bei Windows direkt machen, falls man kein Antivirusprogramm hat. Aber ich glaube, bei jedem Antivirusprogramm kann man das ausschalten. Ihr müsst dann einfach nur beschädigen, dass ihr das ausschalten möchtet und dann könnt ihr das alles schon benutzen. Wenn ihr den nicht ausgeschalten habt, also den Echtzeitschutz, werdet ihr dieses Programm nicht benutzen können, weil das dann von Windows verhindert wird. Auf jeden Fall, falls ihr vergessen habt, diesen Echtzeitschutz auszustellen, müsst eure PC neu starten, weil diese Zeit dann in Quarantäne kommt und ihr diese Zeit generell nicht mehr verschieben könnt. Und ja, aber falls ihr das so richtig gemacht habt, wie ich das gerade gemacht habe, dann könnt ihr schon mal mit dem Auspacken beginnen. Und zwar öffnen wir ganz kurz die Datei, dann bekommen wir hier einen WinRaw-Ordner, kurz hier schließen, dann haben wir nochmal einen WinRaw-Ordner und dann kommen wir zu den relativ wichtigen Dateien und zwar haben wir wieder eine Readme-Text-Datei, könnt ihr ignorieren. Wie schon gesagt, den Developer von diesem Programm werde ich wieder in der Videoschreibung verlinken, falls ihr diesen auschecken möchtet. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt nur noch das Programm. Das heißt, wir ziehen uns dieses Programm per Drag & Drop wieder hier in unseren Ordner rüber. Das heißt, wir ziehen hier rüber und wir haben Rainbow Scar schon wieder im Ordner drin. Das ist für mich geil. Das heißt, wir haben das schon mal geschafft, Leute. Für jeden Fall, was ihr jetzt noch machen müsst, ist ganz easy. Ich mache einfach einen Doppelklick drauf. Dann öffnet sich so ein Bildschirm. Also so ein kleiner Bildschirm, so eine Konsole von denen gemacht. Hier steht auch wieder Weapon Skins Rainbow Scar Developed by FNBR Leaks, Designed by Alex FN Leaks. Wie schon gesagt, die zwei Accounts werde ich nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Leute, auf jeden Fall, falls ihr eben das bis hierhin so geschafft habt, wie ich es in diesem Video erklärt habe, seid auf jeden Fall schon beim richtigen Weg und schon fast fertig, Leute. Was ihr noch machen müsst, ist die Einsergebung. Und zwar steht hier, wie ihr schon seht, einmal die normale Scar zu einer Rainbow Scar machen und dann im zweiten Schritt, falls ihr es wieder rückgängig machen wollt. Falls ihr sagt, ja, ich möchte es nur kurz austesten, aber ich möchte keine Risiko eingehen, dass ich banden werde und mache es wieder rückgängig. Dann müsst ihr auch danach, falls ihr das wieder rückgängig machen möchtet, einfach nur zwei drücken. Aber wie drücken wir jetzt mal eins, weil wir ja die Rainbow Scar bekommen wollen. Das heißt, wir drücken eins, drücken enter und hier lese das Ganze mal und das heißt, wir haben das alles geschafft. Wir stehen hier nochmal dann, das heißt, wenn ihr dann steht, dann habt ihr es auf jeden Fall geschafft. Das heißt, hier wurden die ganzen Total ist ausgetauscht. Hier steht auch nochmal Rainbow Scar Edit und dann hier dann. Falls ihr das so geschafft habt, dann seid ihr für jeden Fall schon fertig. Danach könnt ihr eben diese Konsole schließen. Ob ihr diese Rainbow Scar Datei löscht oder drin behaltet, ist auf jeden Fall sehr sehr egal. Ihr könnt die drin behalten und wenn ihr sagt, ja, ich möchte es danach wieder rausnehmen, dann öffnet ihr die Datei und drückt dann einfach 2 und macht die Scar wieder zurück. Also die ganz normale Scar. Ich werde es aber kurz mal wieder rauslöschen, einfach aus dem Grund, weil ich das ein bisschen geordnet haben möchte. Und auf jeden Fall können wir dann wieder unseren normalen Ordner schließen. Nehmen brauchen wir jetzt nicht mehr, das ist alles jetzt schon gemacht. Und jetzt können wir wieder Fortnite starten und wir haben die Rainbow Scar in-game. Und ja, Leute, auf jeden Fall bin ich jetzt in der Runde angelangt und ich habe für euch die schöne Scar gefunden, die wir ja in meinem Tutorial verändert haben, Leute. Auf jeden Fall, wie ihr schon hier seht, ist die Scar zu Rainbow geworden. Schaut auf jeden Fall mega krass aus. Wir haben hier die Rainbow Farben, Orange, Rot, Blau, Grün. Wir können es hier auch noch mal kurz droppen, dann sehen wir es hier auch noch ein bisschen besser. Wir haben hier die schönen Rainbow Farben. Schaut auf jeden Fall mega krass aus. Und ja, Leute, auf jeden Fall würde ich mal sagen, war es das auf jeden Fall mit dem Video. Wie ich schon vorher in der kleinen Runde gezeigt habe, schaut die Scar Rainbow aus. Wir sind hier nochmal in der Rettung der Welt. Ich habe es nochmal für euch geöffnet. Schaut auf jeden Fall mega krass aus. Ja, wie man sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like, eine Postwertung und ein Abo, dann vergesst auch nicht, die Glocke zurückzuwählen. Und ich würde mich dann auch freuen, einen unverwandten Teil, Leute. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Tschüss, bio, bye.